Hey Leute und willkommen zu einer Runde Masterbuilders und am Ende Adventskalender bis Türchen 23. Mein Gott ist das spät, aber wir ziehen es durch, wie ich es gesagt habe. Ich habe es versprochen. Schreibt eure Zahl für den 24. bitte nochmal unten rein und ja, Herr Sturmi, deine Nummer habe ich. Folgt mir auf Instagram und Twitter, alles in der Beschreibung und wegen dem Gewinnspiel komme ich auch noch dazu. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, jetzt kommt auch noch ein gutes Thema. Ich kaufe richtig schlecht, einfach nur Eisenbahn. Was ist das eigentlich mit dem Gewinnspiel? Was mit dem Gewinnspiel? Welches denn? Wieder aufgelöst. Hm? Wann heute wieder aufgelöst? So. Wenn er 500 Abos hat. Nee, das ist ein anderes Gewinnspiel. Das ist ja ein anderes, aber schenkt der Geld. Adventskalender, ne? Ja. Beim Gewinnspiel, Leute, das würde ich noch mal kaufen, dann könnte ich mir nicht das bekommen. Hä? Was ist denn mit dem? Rentier. Regenschwimm? Rentier. Rentier? Ja. Rentier. Rentier? Oder Segeltier? Rentier. Komm, Nikolaus. Verdammt! Der ist gerade so voll wie so eine Burden. Der hat wirklich ordinal, der hat wirklich nur einen langen Köffer gebaut und dann, äh, dafür hat er sogar noch nicht getrunken. Ich hab sogar mal einen Bundy gemacht müssen. Das war richtig heftig. Ich hab einfach gewonnen aus dem. So. Äh. Verdammt, verdammt, äh. Ich, ich versuche mich wieder zu über, zu überarbeiten. Ja, das hab ich eben auch gemacht. Bei mir würde ich, glaub ich, nicht mal fertig werden. Ich hab mich übernommen, wieder mal. Alter, wenn ich das jetzt wirklich nicht schaffe, würde es aussehen, wie so eine Wurst auf die Beine. Sieht aus wie ein Potsdam. Alter, ich mach noch dickere Füße. Oh, eine Minute noch. Ja, eine Minute, das kannst du ja noch schaffen. Ich mach noch, dass du nicht machst. Ey, ich mach einfach mal mit deinen, mit deinen Spann. Oh, Eier, ich kann das Wort nicht sagen. War nicht spiellich. Was? War nicht spiellich oder wenn du sie zum Spielen noch zu nehmen? Hast du den, den noch nicht beendet? Nein. Ja gut, äh. Also, es wird eigentlich nicht. Äh. Oh, Eier. Nein. Jetzt sieht es wirklich aus wie so eine Wurst auf vier Beinen. Und hinten hat es noch ein... Alter, ich mach schon Lust zu haben, Leute. Dann hinten einfach noch, so gesagt, Entschuldigung für den Spann. Spann. Also, ich find mein sehr kunstvoll. Also, wenn ich nicht gewinn, wenn ich nicht gewinn, da weiß ich auch nicht. Ich hab mir sowas Tolles überlegt. Hä? 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 Und dann... Oh, Christ. Oh, Christ. Alter, du wirst bei mir denken, wo ist der Kopf. Ich hab... Ich hab net detailliert gearbeitet bei mir. Ich hab eher... Ein schönes Gesamtbild gemacht. Was ist das denn? Also, mäh, krieg da von mir. Mäh, mäh, mäh. Bitte? Was? Was? Du machst ja noch später ein Live-Spiel, oder? Später? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil, wenn du morgen halt ein Live-Stream nachzuräumen, kommst du dann wieder auf den, ähm, äh, du weißt, ne? Was? Auf den, ähm, Teams bekommen. Ja, wenn ich dann ankommen, also, dann guck ich halt dein Video. Ähm, mal gucken. Oh, ist... Also, ist alles mäh? Also, ich find meins wirklich bis jetzt am schönsten. Ihr verdammt den, it's okay, bitte. Please, es meins. Könnt ihr für mich bitte, ähm... Will ich für mich bitte wirklich abstimmen? Ich will wissen, bei mir würdet ihr das sehen, weil einfach... Einfach so ne... Was ist das denn? Oh, nee. Also, sorry, nee. Ich, ich muss sagen, ich hab wirklich nicht detailliert gearbeitet mit Augen oder sonst irgendwas. Aber ich hab halt was Schönes für, für Weihnachten gedacht. Große Frage. Habt ihr gerade meins gesehen? Nee. Das ist ja von MLG-Spielern. Nee, sorry. Ah, ich weiß nicht. Ich geb, ich geb mehr. Ich geb mehr. Ich geb mehr. Wenn ihr euch sehen würdet, dann würdet ihr euch denken, das ist wirklich ne Wurst auf vier Beinen. Was soll das sein? Okay, it's okay. Also, auf jeden Fall, wow. Everything is awesome. Jetzt habt ihr aber meins gesehen. Was für ein schönes Schlitten, oder? Ich hab auf jeden Fall... Kurze Frage. Habt ihr meins schon gehabt? Hm. Ähm... Braune Wurst ohne Augen? Also... Es ist der braune Wurst ohne Kopf. Oh nein. Nein. Nein, du wirst nicht witzeln, bitte ehrlich. Ich hab mehr gegeben. Irgendwie gegeben. Das war leider nicht fertig. Und... Ja, das soll das ein Hund sein. Er hat ne rote Nase, also. Und er probiert zu... Oh, die... Das hab ich vergessen. Ich hab okay gegeben. Ist okay. Ey, wisst du, was du mir grad denkst? Das Hütte, das ist kein Reh, das ist ein Poddog. Was ist das denn? Du siehst doch eigentlich auch bei meinem Stream... Siehst doch bei meinem Stream die... Ähm... Wenn ich streame, dann ja, gerne. Dann streame ich auf Fortnite, so ist nicht. Ja, wenn's aber geht, ne? Kann man sagen, ach, das nicht funktioniert. Na doch, das funktioniert. Morgen geht's wieder. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Updates oder so. Ja. Die Updates... Ja! Ja! Ich hab gewonnen! Mein erster Sieg! So, Leute. Kommen wir zur Verlosung. Heute werden alle drei gewinnen und der 24. wird nochmal extra gemacht. Also schreibt eure Nummer in die Kommentare. Ich fange an mit Paluten. Die Nummer 5 hast du. Los geht's. Alter, ziemlich viel. Jerry Moser, du bekommst dasselbe, also... Freu dich. Mann, es hört gar nicht mehr auf. Leute. Wie gesagt, schreibt eure Zahl für den 24. rein und sagt mir, was ihr gewinnen wollt. Alles frei offen. Ich guck, ob ich's besorgen kann oder nicht. Also, was kein Geld kostet oder sonst irgendwas, oder was ich schon hab, ich schenke's euch. Dann kommen wir zu Jamie Moser. Du riechst dasselbe. Herr Sturmy, deine Zahl für den 24. habe ich schon. Oder Haltborn. Skytrop also. Ich hab die Musik von Minecraft gerade ausgemacht, also nicht wundern. Und Herr Sturmy, du bekommst die 3. Oh, leider nur ein Buch. Naja. So, jetzt noch zum Gewinnspiel, Leute. Das Gewinnspiel werde ich Ende Januar, sagen wir 30. Januar, voll auflösen. Wer neu hier gerade ist, das Gewinnspiel ist in den Endcut drin. Und da erkläre ich alles. Es geht um den Cape. Und das kriegt jemand Ende Januar, also 30. Januar. So lange lasse ich es jetzt noch laufen. Und für den 24. schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr da gern haben wollt. Und, ja. Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr neu seid, abonnieren. Alle die Glocke aktivieren, Instagram und Twitter in der Beschreibung auch schön folgen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik